IDEA Spektrum – Nachrichten und Meinungen aus der evangelischen Welt. Diese Woche in der aktuellen Ausgabe Darf man einfach nur Mutter sein? Ja, meint die Journalistin und Buchautorin Birgit Kelle. Eine Pfarrfrau berichtet über ihre Erfahrungen mit Flüchtlingen. Die Urlaubszeit hat begonnen. IDEA gibt geistliche Tipps. Außerdem ein junger Pastor über seine Berufung. Debatte um die Teilnahme der Kirche an einer homosexuellen Parade. Ein Theologe darüber, warum es nur bei Christus ewiges Leben gibt. Und IDEA stellt Patrick Graf vor, der sich um verwaiste Eltern kümmert. Gedruckt, digital und auf Ihrem mobilen Endgerät. Lesen Sie IDEA Spektrum. Einfach Ihr Abo anfordern unter idea.de-abo oder telefonisch 06441 9150 und sichern Sie sich Ihre wertvolle Willkommensprämie.